Willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen, heißt euch euer Trancec. Ganz lieben Dank auch nochmal an alle da draußen, die so schön bewertet haben, die ihre Daumen immer so kräftig da lassen. Ganz lieben Dank nochmal dafür. Ja, und heute geht es weiter hier in der Saga um Uncharted 4, um Nathan Drake und Sam. Ich will nochmal eben schauen, ob ich hier irgendwas verpasst habe jetzt. Ob da irgendwas noch liegt vielleicht. Kann ich da rumgehen? Ne, ich glaube da liegt... Doch, Moment, da kann ich noch rüber. Nö, ich habe nichts verpasst. Ja, dann können wir uns hier jetzt vom Acker machen, würde ich sagen. Vorher schaue ich aber nochmal eben ganz schnell, ob ich hier irgendwas noch gebrauchen kann. Nö, da ist nix. Können wir den eigentlich auch fahren? Ne, den können wir nicht fahren. So, die Brücke haben wir ja letztes Mal runtergelassen. Das hat alles soweit gut hingehauen. Wir haben die ganzen Onkels hier alle beseitigt. Auch hier schauen wir nochmal eben rauf. Da ist auch nix. Kann man uns gleich wieder fallen lassen. Und hier ist auch nix. Okay, dann... Lass uns los. Weiter geht's. In den Jeep. Genießen wir das schöne Wetter. So, uah. Hier müssen wir jetzt, denke ich mal, rüber. Ein großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Ja, ich hoffe nicht, dass das Ende in Sicht ist. Momentan ist hier irgendwie die Straße nicht in Sicht. Wo soll man denn hier langfahren? Hier doch nicht, ne, oder? Scheinbar schon. Oh, war das knapp? Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wenn da nicht auch Geländer drin gewesen? Tatsache, wir sind richtig. Oh, da geht's hoch. Schauen wir jetzt mal, ob wir da nicht schlecht irgendwas abgreifen können. Ach, ne, nicht schon wieder eine eingestürzte Brücke. Hm. Da geht's nicht weiter. Aha. Hier können wir uns hoch sein schon mal mit dem Auto. Doch, wir müssen da irgendwie weiter. Hahaha. Aber die Brücke ist im Eimer. Sollen wir da runterfahren, oder? Ach, wir müssen da rüber. Oh, mit Highspeed. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall wieder die Seilwinde. Wow. So, dann lasst uns mal mit der Höhle da so dicht dran wie möglich. Sonst kommen wir da nicht hoch. So, ich würde sagen, hier so ungefähr. Dann haben wir hier die Seilwinde. Ja, wir ziehen den Wagen hoch, wie beim letzten Mal. So ist es, so ist es, Sullivan, so ist es. Gucken, dass wir uns hier nicht verheddern. Und einmal rum. Bitte. Jawohl. Und runterrutschen. Das, das muss ich jetzt haben. Schön durch den Matsch hier. Jawohl. Und in die Lauge rein. So, da bin ich mal gespannt jetzt. Wir sind soweit. Dann mal los. Nicht, dass der Felsen gleich runterkommt. Wow, 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 wow. Was ist das? Wow, 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 wow. Krass. Oh, shit. Fahr weiter, fahr weiter. Komm, komm. Kann ich da nicht hochklettern jetzt? Kletter hoch, kletter hoch. Rein mit dir. Nun, mach nur. Ach, hier hoch. Okay. Oh. Meine Güte. Das war ein Schreck in der Abendstund hier. Ja, ohne Seilwinde wären wir verloren gewesen. Boah, ist das steil hier. Das gibt es ja gar nicht. Aber wir haben es geschafft. Boah. Boah. Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. So. Okay. Meine Güte. Jetzt müssen wir mit Schwung darüber gucken, wie weit ich zurücksetzen kann. Und Und Tanje. Haltet euch gut fest. Boah. Ja, sauber. Das war ja mal ein netter Tempelwechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Da kommen wir nicht hoch. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatzjungs. Ah, ich fürchte, so einfach wird es nicht werden. Hier können wir nicht rein. Hm, müsste wieder einen Eingang suchen, wa? Hm, wie ich es hasse. Mit dem Auto weiter ran, geht auch nicht. Also müssen wir wieder irgendwie eine Kiste suchen hier. Schätze ich mal. Da ist irgendwas. Da kann wir rein. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Zu zweit. Zu zweit. Jawohl. Wow. Das sieht doch schon mal gut. Da. Da ist was. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Verdammt. Zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Zugemauert. Vielleicht müssen wir das sprengen. Habe ich nicht noch eine... Gucken wir mal, ob das geht. Achtung! Jepa! Geht doch! Aber erstmal gucken wir uns hier nochmal um. Was wir davon gebrauchen können. Pulverfass. Kann wir auch werfen. Ah, die brauchen wir bestimmt noch. Zum Glück hatte ich ja Granaten. Na. Wenn Musik da ist, sind da meistens Leute in der Nähe. Der rennt dann natürlich gleich wieder durch. Ja, 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 ja. ich lasse es doch hier erstmal ein bisschen umgucken meine güte hat der das immer eilig hier ist aber auch nix nix zu holen außer Spieße nix gewesen ist da vielleicht was drin ne so dann gehen wir hier mal runter meine güte ist ja aufgekratzt ich schleppe hier die ganze Zeit mit dem Fass rum vielleicht brauchen wir das ja noch na ich habe hier doch bestimmt wieder irgendwas übersehen da jetzt kann man das Fass nicht mehr weiter mitnehmen aber ich Moment ja ok geht da durch wow ne ne ich sehe hier auch keinen Schatz das lohnt sich eigentlich immer hier mal eben hoch zu klettern geh mal hier hoch ne hier ist auch nix ach Mensch ich kann doch mal ne Kleinigkeit hier das als kleine Belohnung dass man hier hoch geht mal hier in den Ecken vielleicht irgendwo nö nö hier ist nix oh dieser Lichteinfall der ist schon wirklich hübsch sieht er das mal an ah der heilige Dismas so sieht man sich wieder also was haben wir hier mehr Siegel da ist hier unser Avery Thomas II und das ist das ist Adam Bordrich das Joseph Farrow und das Richard Wand hm Piratenkapitäne ok also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch tja also hast du ne Ahnung wie das hier geht muss man Knopf drücken oder etwas ziehen vielleicht vielleicht einer der Arme versuch's mal komm schon Jungs wenn ihr den Armen Dismas genug befummelt habt solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen das Trapez muss der Vulkan sein die Krone ist Kings Bay das ist eine Karte Gentleman Victor du bist ein Genie gehört nicht Genie ah ok also wir sind hier der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel ok dann sind die anderen Siegel die Türme aus Averys Zeit ich meine in einem muss unser Schatz sein oder ja aber in welchem das sind zwölf Türme hey Victor mhm brauchst du neuerdings etwa Zigaretten oh da ist jemand gewesen so den haben wir schon mal haben wir wow 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 jetzt kriegt man hier einigermaßen Schutz was geht ab hier was geht ab krass oh man irgendwie krass 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 hier runter runter running oh wie wow Oh, 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 runter, 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 runter. Geh mal hier, my man. Der kann sich ja überhaupt nicht wehren hier, der Typ. Oh, ich bin schon tot, ich bin schon tot. Oh, jetzt muss ich auch passen. Sag mal, wie oft muss ich die denn treffen? Geh mal. Krass, 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 krass. Nimm die Granate, nimm die Granate. Granate, nimm die Granate. Wow, 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 wow. Krass, 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 krass. Ich glaub, wir haben's. Wow, 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 China. Was ist das denn für ein Hammerteil hier? Oh, 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 oh. Ne, Spätz Notty, ich nehm mal die Spätz Notty hier. Ne, ich will aber lieber wieder ne AK haben. Die nennen wir. Habe hier nicht noch jemand in der AK liegen? Jawoll, AK. So, meine Lieben, die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Nächstes Mal geht es hier spannend weiter. Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Haut rein und ciao.